Die Pflegeprofis der Notfallambulanz haben sich in Nordrhein-Westfalen unter 247 Nominierten durchgesetzt. 13.200 Stimmen wurden für diese Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben und 2.400 empfielen auf unseren heutigen Sieger. Also die Wertschätzung ist auf jeden Fall schon mal groß, dass wir gewonnen haben. Landessieger geworden sind. Das ist auf jeden Fall super motivierend, dass man ja doch das Richtige tut und es bestätigt einem nochmal, dass man einfach den richtigen Beruf gewählt hat. Und ein Gesundheitssystem kann nur funktionieren, wenn das 365 Tage rund um die Uhr funktioniert. Und deswegen finde ich, haben Gesundheitsberufe eine ganz hohe Wertschätzung verdient, weil sie eben auch dann immer voll da sein müssen, wenn andere Leute frei haben. Die stehen zueinander, egal wie hart die Phasen sind, die sie erleben. Und die können hier richtig hart sein. Gute Pflege macht aus, auf die Menschen einzugehen, also deren komplexen Pflegeprozesse mit zu begleiten. Diese menschliche Zuwendung, die wir den Patienten geben, auch in stressigen Situationen. Gute Pflege macht aus, wirklich schnell einschätzen zu können, hat jemand sofortigen Hilfebedarf. Das Team in kurzen Worten, Zusammenhalt, erster Ansprechpartner für uns, professionell, Kreativität, was Lösungen angeht, empathisch, immer zur Stelle für den Patienten und für uns, organisiert, fachlich gut ausgebildet und enorme Freundlichkeit. Und wenn wir die Pflegekräfte nicht hätten, dann würde ein Krankenhaus überhaupt nicht funktionieren.